okay es geht weiter mach mal okay willkommen zu part 4 und ja war mir egal ich verliere dann kannst du mich schlagen okay ich berate mich schon vor ich habe vergessen du musst ja zwischen den gelben teilen ja springen hast vergessen hast du irgendwie mental vorbereitet zu hause gibt es aber gegessen das reicht schon was hast du gegessen die leute das wissen von japan tag werde ich alles aufnehmen wieder diesmal keine bilder alles nur videomaterial in hd seht ihr selbst den grenzen der seht ihr selbst die grenzen pinkel auf mein gesicht oder deren gesicht dann es wird links ist rechts rechts ist links scheiße komm ich hab mich auch mit dem hat so dämlich so dämlich so dämlich so dämlich ja warum hast du Ballon ich hab irgendwas gedreht hier ach so denn auch gehen muss die schafft okay er macht Ballon gehen Ballon irgendwie sie bist du besser drauf als davor oder sowieso sie haben jetzt nicht davor sie haben hier ein bisschen vorgespielt das ist ein bisschen zeit abgetrieben okay komm da kommt sowieso da was weit gegen äh cap'n black ja ey also mit dem Fall sind es dann 895 und wieder pixel action pixel action pixel action wie lange dauert das eigentlich das ist dann die die verdammte pixel action die nervt voll das sieht so komisch aus sieht das wie die alten spiele und so sah es bestimmt früher aus ja nicht so extrem aber ja okay aber trotzdem das ist ein toller witz aber ja ist klar du triffst ihn trotzdem ach egal jetzt wird jetzt nutzer seine chance jetzt nutzer seine chance jetzt jetzt macht er nicht fertig okay okay du musst eine Ehre verteidigen du musst deine Ehre verteidigen du musst deine Ehre verteidigen und deine Ehre wurde hochgenommen ja ich glaube in dieser fixe Form was kannst du dann alles einsetzen nur treten und so okay okay das ist gut wenn der nochmal einsetzt was das Tripp nicht das Tripp nicht ja ich wusste es ich wusste es das war du meinst meins tripp nicht ja seins und seins tripp auch nicht das habe ich vom letzten Part schon gelernt okay er ist eingeschlagen ach nein er schlägt nicht so okay jetzt die Bühne was einmal Bazooka oder ich spare es rauf noch nicht was kann warte 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 was für eine Attacke kann sie eigentlich wieder ich habe was kann sie mir geben oder so äh sie gibt dir bestimmt eine Schotztruhe oder sie gibt dir einen Arschtritt für irgendwas irgendwas warte ich riskier's kiss okay komm und tschüss ja tu hast du erstmal verwirrt ich wäre gestorben ne ich wäre gestorben wenn ich Toschi noch einen Strich hätte oder so schwer auf alles ich weiß kann ich mich noch so erinnern dass es so war oh scheiß egal du hast geschafft beim ersten Mal als ich hier war also ja wir haben keine Münze gefunden hier Diango de Hypnotis äh wir haben seine Pendeln was hast du wir sind bald fertig mit dem Projekt heftig Captain Blake er ist glaube ich nicht so schön warte bis jetzt ein bisschen übersetzen wir müssen ein bisschen übersetzen hier mein Plan wird in den Fall gehen äh es läuft nicht nach äh es läuft nicht so gut nach meinem Plan aber man kann man kann jetzt nichts daran ändern ich werde dich töten mit meinen eigenen Händen er meinte ich liebe ihn erst mal er ist voll cool drauf aber kommt eigentlich einmal kommt eigentlich wieder ich weiß es gar nicht aber er ist immer erst aber immer noch ein Pirat das weiß ich hast du vergessen bei einer Folge bei One Piece hat man gezeigt was die anderen Piraten machen die Waffe verprügelt hat er bei einer Kabine und so alles und Dolkweak ist schon sowieso schon gekillt worden oder so das ist ja viel leichter als der komische Freak da warte würde die Stammpattacke was zu nutzen hier ist jetzt nicht dabei wieso ich werde es noch sieben gut für ich werde es noch sehr viel miterleben ok yeah mach teleport mach einer so ein Kuckuck niemals gib ihn gib ihn gib ihn gib ihn gib ihn gut so was wenn wir mit der Welt sind fertig sind kommt die vierte Welt ich glaube du hörst es mir nicht schlagen ne was du hörst es mir vor nicht schlagen also die Welt habe ich schon gewohnt ach ja scheiße mach mal ey der ist viel leichter na ich kenne seine Art ich kenne seine Art perfekt sozusagen ja ich kenne die auch deswegen weiß nicht weiß nicht du weißt du wie auf ich ging ich kenne meine Top-Seite ach so ach so ach so jetzt kommt das Todesbuckel ach so 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 muss die zwei skills und so sowieso Kalaschnikov Kalaschnikov weiß was es ist eigentlich ähm Kalaschnikov ähm 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 Ne mal Kommen bikini bei Facebook oder hab ich wieder die äh viel Glück Jungs hä du bist einer von uns oder nicht du wichser und übersetzt du hier ich bin der captain Niemals eigentlich niemals ist doch kurz wieso dachte eigentlich dass er captain ist er macht auch schwarz ich hätte ihn gesagt ich den so genaue wie bist du kaputt miteinander schwächer als baggie also kann man das eigentlich ganz machen bis man da richtig viel leben hat oder wie so was heftig man kann ja stimmt von kette karten baggie hatte locker ging geworden wegen wegen der teufelskraft okay oder nicht und er kann sich ja einfach so hat er kein kopfgeld also allgemein hat er kein kopfgeld oder wie ich weiß wieso das denn ich weiß nicht ich weiß nicht wieso man gedacht er würde schon tun und so alles und naja danach wurde er nicht so beruhigt ach so ich wusste das nicht gut überlegt hat hey 20 Sekunden oha gut so gut so gut so gut so zwei leben dazu die vierte welt kommt und meine ohr tut mir wieder weh und das war mein stuhl den musste gegen den tisch geschlagen hat du musst du doch erst oben Barathe Don Quix äh wie heißt Don Quix Don Quix dieser äh komische Typ ist noch stärker ja ich weiß ich kann mich da wieder erinnern man nennt es sich wann nennst du es denn weiß nicht ich glaub auf 60 oder 75 oh fast wär's denn totgesprungen oh das ist wieder wie bei äh Portown nein aber die Musik ist geil nein ich schnapp da oben nicht nein warum ich weiß es noch was ist also Boden oder wie ja hast du gehört so okay oh so ne scheiße wenn der Pass vorbei ist muss ich mal ein Ohr wechseln nein da muss ich extra pause machen ich bin dich jetzt nicht stören in deiner konzentration und so das ein heimweg oder ja weil ja und ich weiß was ganz unwichtig ist oder wie weiß ich ich glaub schon dass da nur ne Kiste ist hä ich geh da nicht hin da ist ne Kiste das weiß ich ah das war so unerwartet das war zu unerwartet musst du das in den denn 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 nicht dass sie wieder runterfällt ich dachte schon aber das haben was sie ja das war ein bug so und dann sind wir in den Sünden das heißt wir können zu machen und die Partner durch die Zeit oder Ach, das werde ich dann Let's Play besser dann sehen. Aber du kannst Mario Lüge Super-Sage, das ist die zweite, das ist der zweite Spiel in der Reihe. Ach ja? Ja, der Partner hat sich die Seite für Nintendo DS und dann hat Bowser Insta-Story, das habe ich auch. Aber das ist auf Englisch, habe ich nur. Die deutsche Version muss ich mir gucken, vielleicht bin ich das da. Ganz gut. Dann habe ich das, die Reihe bin ich auch, irgendwie habe ich geschafft, irgendwie nur die Spiele rein durchzuzocken. Super Mario Advance 4. Doki-Gong-Kathie muss ich auch noch zu Ende zocken. Ja, das kann ich ja noch. Doki-Gong-Kathie. Wartet. Mach einfach eins. So, wir sind wieder da. Ja, wir sind wieder da. Immer diese Probleme. Ah, Sanji. Hey, guck, wie ist es, hast du vielleicht Bock bei uns einzutreten oder beizutreten? Jetzt ist deine Chance-Change. Ja, wir sind wieder Pirat. Ja. Was? Ähm, schüttel deine Zunge, oder? Nein, halte deinen Atem an. Halte deinen Atem an. Ähm, halte deinen Atem an. Du alter Furz. Ich bleibe hier als Koch, wie immer, oder so. Ja. Ich hab's jetzt nicht wirklich übersetzt, aber... Du meinst, du bist ja mein Englisch. Hm, bisschen, bisschen, bisschen. Du bist mein Sensor. Hey, Sensor und so. Ah, ja, Duncan Crunty, was ich sagen wollte. Ich muss das... Ich weiß, ich kann da irgendwie locker weiterkommen, aber... Momentan, wir konzentrieren mich irgendwie auf die anderen Projekte, ich weiß nicht. Ich hatte ja jetzt Lust, deshalb. Wegen wann? Ich hab mir keinen einzigen Schlüssel gefunden, oder? Ja, aber wir müssen wieder zu den Mund. Also, der Hochart, dieser Schlüssel kann man bei jedem dann benutzen, oder wie? Ja, außer den kleinen. Ich suche doch noch zu kleiner. Ach so. Ah, okay. Aber wir öffnen mal dann die Truhe. Wir öffnen mal die Truhe. Welche Top muss man drücken? Einfach dann in die. Ach so. Yeah. Nein. Oh, nein. Ich wollte sie machen. Egal, die sind schon tot. Hier sind die tot. Immer noch nicht, jetzt. So sehen wir mal, wie weit wir kommen in diesem Part. Und... Ja, da wollte ich schießen. Da wollte ich schießen, unterwegs. Aber ich hab das Ganze gemacht. Ja. Wo mein Ohr tut schon weh. Vom Aufnehmen. Ich kann morgen wieder aufnehmen, sehr viel aufnehmen. Warte, das... Das ist immer noch der 895. Part. Oha, das... Herr, was will der denn? Kannst auch nicht zählen, du auch wie? Was kann er denn? Hast du auch schlecht? Warte, warte, konntest du nicht die Wunde aufbrechen? Wie was? Ah, ja, du brauchst jetzt die Stimme. Ja, ich brauchst jetzt die Stimme oder... Das ist so... Oder Sperr, wie man es schon mal nennt. Wie du weißt, sind alle Geschäfte meine... Ich glaube, wir sind immer das Lechte. Hat Zorro aus den Vergessen, oder? Ich hab ihn halt nicht gefunden. Oh, ich hasse den. Der ist so ein verrückter B... Der war sowieso ein verrückter Bastard, weil... Er ist irgendwie Tieren aufgewachsen oder hat keinen Blut ertragen. Das tickte voll aus, immer. Stirb da auch? Man sieht gar nicht, wie viel Leben er hat, oder? Ja, das hat keiner... Ihn könnte man echt als Endboss machen. Hier. Man, ey. Also kannst du jetzt weitergehen, oder wie? Oder kannst du ihn auch töten? Ich kann ja nicht töten, aber hab ich das gemacht. Mach einfach, bitte. Ach so. Ich dachte, man kannst du nur einen Stampfattack auf seinen Rücken machen und dann... Bämst. Dann geht das aber wirklich. Ja, tief war sowieso immer ein Opfer. Weißt du, hat doch Küki ihn eine geklatscht hat, dass er nicht mehr aufstehen kann. Oder das war Jin, 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 war das. Oh, ich weiß nicht, was ich nicht mehr. Oh, ich weiß nicht, was ich nicht mehr. Ich kann nur ein bisschen geblieben. Als Handelskopf. Ja, das war ja klar. Der Wixer-Date. Der Wixer-Date. Der Wixer-Date. Der Wixer-Date. Der Wixer-Date. Den, 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 den. Wie heißt er, Fullbody? Wie heißt er, nochmal, dieser komische Admiral, der irgendwie von Sanji Zeranjörer Tricks in die Frist bekommen hat. Das war die, das war richtig, geile Szene mit ihm. Den, den, den Fullbody-Folm. Ja, ich habe Fullbody. Ja. Und Sanji hat ihn hochgenommen. Aber was er getan hat, war auch heftig. Er hat einfach erst auf den Boden geworfen, wo die Kirche drei Tage lang herangesessen haben. Ah ja. Und er, im nächsten Mal gibt es nur zehn Wechsel, er hält zu ihm so eine Hand, und er blutet so. Das ist so eine geile Szene gewesen. Ah ja, Anime ist gerade draußen, Fractal. Ich habe ja auch mal zuerst getan, Anime, das ist so ein bisschen pervers und so. Fractal oder so, habe ich da eurer erzählt. Ja, ist ja? Fractal, das ist ein neuer Anime, das ist heute in Elf rausgekommen. Der ist einerseits ernsthaft, einerseits Spaß auch noch dabei. Aber für mich ist er da, die Ernsthaftigkeit zu spielen. Oh. Ich glaube, da oben gab es Zorro, oder? Da kam eine Familie zu. Das war jetzt nicht so richtig, aber. Okay, er spricht aus Erfahrung. Und wie kann man die Truhe da oben ran? Da oben? Da ist gar nichts. Also man muss einfach jetzt nach rechts oder so, oder? Du meinst da oben, ne? Ja, ganz oben da. Ja, warte, was ist nicht, wenn es mehr? Das ist ganz leicht. Ich meine, ich kann nur zack, oder was ist das? Okay, okay, okay. Ich wurde eines Besseren gelehrt. Schon wieder. In dem Let's Play. Okay, da kann man runterfallen, oder will ich jetzt? Da kann man noch Schäfer machen, da kann man woanders hinunter machen. In einer Unterwelt. Barathe. Ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, wieso kämpfen wir eigentlich ganz dagegen? Das macht Spaß. Aber das bringt uns eigentlich gar nicht, wir verlieren nur Leben. Und was? Und die geht... Ach. Okay, jetzt haben die keine Chancen mehr. Ich glaube, die haben das extra hingelegt. Oh. Also, auf den Ausfluss war ich hier. Egal, du kommst ja sowieso wieder da an, oder? Oder? Ja, okay, okay, das schaffst du nochmal. Du weißt ja, was deine Truhe ist, jetzt benutzt du sie einfach und dann ist es schnell geklärt. Ach, fahr zur Hölle, komm, weiter einfach. Warte. Das ist sowieso gespeichert, dass du ihn schon umgebracht hast. Wo ist die Truhe da oben? Die ist weg. Wie, die ist weg? Ey, so eine Scheiße ist das. Guck mal, da hatte ich Probleme. Da hatte ich Männerprobleme bei diesen solchen Wichsern. Was hab ich gesagt? Da hatte ich diese Scheißprobleme. Jetzt merkst du's. Warte, warte, warte. Verlier diesmal nicht. Jetzt verlier diesmal nicht. Deswegen hatte ich auch keinen Bock mehr nach langer Zeit. Din, 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 din. So ist die Kiste weg, das ist sogar eine Scheiße, die hätte man nicht gebrochen können. Okay, was willst du jetzt machen? Keine Ahnung. So eine Scheiße, warte, kann man nicht mehr so... Doch, oder? Warte. Warte, was kann ich nicht? Warte, was kann ich nicht? Kann ich nicht, die kann ich nicht sein. Du musst richtig Positionen dann abwarten. Scheiße. Ja, ja, das da, das da. Diese verdammte Kacke mit den Schwertern. Das ist die beschissenste Sache in diesem Spiel. Sehen wir mal, sehen wir mal, wie lange du in die Ruhe selbst bist. Sehen wir mal. Du bist schon angepisst, das hört man. Guck, 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 guck. Die hat... Okay. Oh, so eine... Ey, ich mach nichts. Ich hab nichts damit zu tun. Okay, ich bin mal kurz ruhig, okay? Okay. Wir sind mal beide ruhig. Wir machen... Wir sagen kein Mucks. Okay. Noch einmal. Ihr sagt doch. Ihr sagt dir diese beschissene Sache. Wenn ihr das jetzt verlieren, müsst ihr sowieso von vorne wieder. Das weißt du, oder? Ich weiß. Wollt schon, wollt schon. Egal, der kann ja den Partner beenden, der kann ja schnell das dann durchziehen. Ich krieg solche Aggressionen bei solchen Stellen. Ja, ist klar. Fick dich ins Knie. Jetzt könnt ihr mit einem Messer an. Mit zwei, okay. Bitte, bitte. Okay, jetzt kommt er mit zwei an. Danach musst du ihn angreifen. Hä? Ihr, das war... Oh, geschau. Geht auf, Mann. Dieses Null-Continue hat mich echt so motiviert, sozusagen. Aber gibst du diese Stelle, war beschissen. Ja. Schnell durchziehen, ey. Und was kommt da? Da links du ist das, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, kommt runter. Nein, kommt mehr später. Guck mal, ist ja nicht hier unten. Warum? Von der unfairen Bastarde. Das ist gut jetzt. Okay, jetzt noch ein... Nein, zwei, alle drei sind übrig. Egal, wir müssen sowieso nach diesem Level den Park beenden, denke ich jetzt mal. Ja. Weil ich dann denke, dass wir mehr als 20 Minuten haben. Scheiße. Wenn ich so... Oh! Willkommen zu unserem Serial-Restaurant. Eine... Oh, eine meiner Lieblingspiraten. Ach, kein Scheiß darauf. Servicing garantiert. Das Barrettier halten. Oh. Oh, ich dachte schon, es springt in den Tod. Ähm. Bäm, weg mit dir. Und was ist da? Zorro, ey! Zorro, ey! Dün, 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 dün. Bossfight? Hm? Bossfight? Weiß nicht. War das gerade so gerade... Achso, nein, ich bin doch immer noch in der ersten. Achso. was ist tun denn weg mit euch und die presse bekommen ach der noch okay der ist jetzt weg oder hier ist klar ist klar seine namens spät hat er mir das spät hat dann auch noch zeigen okay geschafft also ich beide zeigen können ja noch machen wir haben ja zeit okay wartet